Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man solche Rasenkantensteine setzen kann mit Beton und somit die Mähsteine natürlich auch richtig verlegen und am Ende betonieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich diese Rasenkantensteine schon auf Splitt richtig gesetzt. Hat einfach den Vorteil, dass da Wasser durchsickern kann und ich kann natürlich die Steine auch jederzeit wieder abändern. Wenn du aber sicher sein willst, dass es über die nächsten Jahre auf jeden Fall bombenfest hält, dann sollten wir diese doch lieber mal auf Beton setzen. Zuerst einmal sollten wir am besten mit einem einfachen Spaten uns einen Graben graben. Hierfür werde ich das Ganze ca. 20 cm tief ausheben. Hat einfach den Sinn, meine Mähsteine hier sind 5 cm dick, darunter kommt nochmal 5 cm Beton und nochmal darunter ca. 10 cm Frostschutzschotter. Das hat einfach den Sinn, dass unter dem Beton das Wasser auch ordentlich ablaufen kann und mir hier im Winter dann auch nichts auffrieren kann. Den Graben mache ich übrigens ca. 20 cm breit, so wie mein Spaten auch breit ist. Und für den richtigen Verlauf habe ich mir mal meine Mähsteine natürlich auch schon dementsprechend daneben hingelegt. Das ist vor allem vom Vorteil, wenn wir irgendwelche Kurven am Ende fahren möchten. Sonst könnten wir beim geraden Stück natürlich auch eine Richtlinie, wie in einem extra Video gezeigt, spannen. Danach die Erde am besten mal mit einer einfachen Kelle schon grob gerade machen, dass wir natürlich auch ein gleiches Niveau haben. Und zum Nachmessen von der Tiefe können wir am besten einfach mal in der Wasserwaage über den Graben drüber gehen und schauen, ob wir noch etwas tiefer müssen oder ob es am Ende dann auch schon reicht. Bei mir schaut die Tiefe gut aus, weswegen ich mal die Erde noch mit einem Handstampfer verdichte und natürlich auch etwas gerader mache. Und du kannst im Notfall aber auch einfach einen Pflasterstein zur Hand nehmen und hier unten einmal ordentlich reinklopfen. Dadurch werden meine Mähsteine die nächsten Jahre sicher nicht absacken und wir können auch schon mal unseren Frostschutzschotter hier hineingeben. Natürlich auch diese Schicht wieder ordentlich verteilen und wenn es überall relativ gleichmäßig ist, natürlich auch immer mal wieder mit unserer Wasserwaage die Höhe nachkontrollieren. Ich möchte ja hier eine Tiefe von ca. 10 cm erreichen. Auch diese Schicht schaut super aus, weswegen ich nochmal mit Gefühl mit dem Handstampfer durchgehe, dass es wieder etwas gerader wird. Jetzt wäre ein super Zeitpunkt bei langen geraden Strecken nochmal eine Richtschnur ordentlich zu spannen, dass wir natürlich auch eine Orientierungshilfe für unsere Mähsteine danach haben und auch wissen, wie hoch der Beton muss. Und noch als kleiner Tipp bei einer Neuanzahl vom Rasen, dann die Mähsteine am besten 2 cm höher setzen, als unsere Rasennabe am Ende sein wird. Hat einfach den Sinn, dass neuer Rasen natürlich auch Wurzel schlägt und die Wurzel am Ende unseren Rasen nochmal etwas über die Jahre nach oben drücken. Bei mir ist das nicht nötig, weswegen ich mit dem Betonieren auch beginnen kann. Und hier verwende ich ganz normalen Beton in 40 kg Säcken und ich schaue einfach, dass ich diesen nur erdfeucht anrühre. Das bedeutet, er sollte natürlich nicht zu trocken, aber auch nicht zu feucht sein, dass, wenn wir unsere Mähsteine später in den Beton hineinsetzen, dass die natürlich nicht nach unten wegrutschen können. Bei mir ist die Konsistenz super schön körnig, weswegen ich den Beton auch schon in meinen Graben hineingeben kann. Danach mit unserer Keller wieder ordentlich verteilen, was zu viel ist, natürlich raus oder etwas Beton nachfüllen und regelmäßig mit unserer Wasserwaage und dem Meterstab nachkontrollieren. Wenn es dann passt, den Mähstein an die richtige Stelle einmal setzen und am besten eine Wasserwaage direkt auflegen, von beiden Seiten kontrollieren. Und wir können jetzt direkt mit einem Gummihammer das Ganze nämlich noch nachjustieren und natürlich immer wieder nachkontrollieren. Wenn der erste Mähstein passt, dann den zweiten natürlich von vorne auch noch dazugeben und auch diesen können wir mal dementsprechend wieder ausrichten und nachkontrollieren. Und wir sollten danach am besten für unsere Mähsteine eine sogenannte Rückenstütze machen. Das ist einfach so eine 45 Grad Halterung, dass natürlich die Mähsteine nicht nur auf dem Beton drauf liegen, sondern von beiden Seiten auch noch etwas eingeengt werden und somit nicht in der Position hin und her rutschen können. Am besten sollte man schauen, dass man auf der Seite, wo das Gras danach hinkommt, diese Rückenstütze relativ steil macht, da wir hier natürlich so wenig Beton wie nur möglich haben möchten, dass da der Rasen einfach gut wachsen kann. Und den restlichen Beton, den können wir jetzt als Rückenstütze auf der Rückseite verwenden und da können wir natürlich auch etwas mehr anbringen. Als kleiner Tipp noch für die Rückenstütze, diese am besten mit einer Gießkanne mal etwas feuchter machen. In meinem Fall hat das der Regen jetzt auch schon übernommen und dann können wir nämlich diese auch ordentlich glatt verstreichen. Das hat einfach nochmal den Vorteil, dass im Winter sich hier einfach kein Wasser festsetzen kann und natürlich somit auch nichts auffrieren kann. Wie man solche Mähsteine übrigens richtig herschneidet, dafür habe ich auch schon ein ausführliches Video auf dem Kanal und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es wie hier zum Beispiel im 90 Grad Winkel, das kann ich einfach mal mit einem Winkel mir hier anzeichnen, natürlich auf beiden Steinen, da wir am Ende diese Rundungen nicht mehr haben möchten. Und danach schneiden wir es einfach mit so einem Winkelschleifer und einer Trennscheibe speziell für Steine her. Und die zweite Variante ist die, dass wir das Ganze im 45 Grad Winkel hier auf Gärung schneiden und somit natürlich auch eine schöne Ecke rausbekommen. Und somit haben wir jetzt auch schon Mähsteine richtig im Beton verlegt. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine Richtschnur, einen Gummihammer oder natürlich auch eine Wasserwaage zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.